Ich finde es enger als uns der anderen, ich finde es besser. Aber das Riff ist cool. Kann ich gut festhalten? Ich weiß nicht, ich bin mal. Und alles, ich bin mal, ich bin mal mit drauf. Let's go. So, bitte schön. Herzlichen Glückwunsch. Schwartz heißt ja Macht und hier heißt ja Feucht. Also der Start, ich habe ja die On-Ride-Videos von allen Achterbahnen hier schon gesehen. Der Start von der hier ist viel besser. Direkt voll nach unten. Jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, aber... An sich ist die hier vor der Strecke ja länger, um 100 Meter oder so. Aber weil sie schneller ist, ist die Fahrt trotzdem kürzer. Aber es wird schnell vorbei sein. Ich glaube, beide dauern pro Stück anderthalb Minuten. War Black Mamba kürzer, als die da gerade. War genauso lang. Gut geht's. Bei einer der beiden muss ich vorwärts rückwärts hinsetzen, aber das Kasse ist vorwärts los. Aber ich glaube, wir fahren rückwärts wieder. Die sind aber schon besser als die andere, ne? Black Mamba start. Die hat man hier in die Seite gedrückt, Mann. Das fühlt sich so cool an. Auch dafür. Ich merke direkt, die mich schneller, ja? So, jetzt! Wow, die Kurven war geil. Und jetzt noch mal. Autsch! Und weiter. Und runter. Lieber, besser. Dasselung! Untertitelung des ZDF, 2020